immer diese schurken gestern nach dem spaßvogel in der allerersten zone zu hause in humphrey dale so heißt die zone ja ist leider heute noch niemand da dürfte aber ich denke mal schon dass auf jeden fall jeden tag mindestens einer kommen wird und bin schon gespannt wann das denn heute sein wird ja gestern hat mich der spaßvogel der schurke wirklich reichlich belohnt mit dem unzerstörbaren titangürtel ein epischer gürtel jeder schurke gibt nun mindestens einen seltenen gegenstand also steht bei dem menü dabei was die top 10 spieler bekommen und was der allerbeste spieler bekommt der am öftesten angegriffen hat und darunter noch so ein geschenkspäckchen wie aus den heldentaten kennt hier so ein gegenstand und in diesem gegenstand ist eben mindestens ein seltenes item dabei und ich hatte sogar glück und habe ein epic bekommen was mich natürlich sehr gefreut hat vor allem bin ich jetzt was aber eigentlich rein zufall ist fast full epic bis auf hier diese maske da habe ich eine defekte skibrille der zu guten sicht und durch die neue ausrüstung jetzt habe ich wieder viel mehr kondition als zum beispiel intuition oder krebs aber wie sich jetzt das können wir auch gleich noch mal überprüfen hier bei der mission zum beispiel das ist glaube ich eine schwere mission wie sich herausgestellt hat habe ich mit dieser skillung bis jetzt ganz gutes glück gehabt bei den schweren missionen also sicher ab und dann verliert man mal eine aber jetzt hier mit den neuen items habe ich mir heute noch nicht sehr viele schwere missionen verloren gut da schmeißt er mir gleich mit einem kritischen treffer hinterher und noch einen und will mir das hier versauen mit fünf prozent chance kredit der hier zweimal ich hoffe den schaffe ich jetzt noch normalerweise sich ja da reiche ich aus das war noch sehr wichtig und noch mal und dann auch noch ein krit hinterher also ja geschafft 8000 münzen 2000 erfahrungspunkte ich habe meine taktik noch immer nicht umgestellt ich gehe noch immer auf die meisten erfahrungspunkte ich finde einfach das lohnt sich am meisten ab und zu wird es halt schwierig die auswahl da gibt es ja überall eher recht wenig und da muss man sich dann irgendwie für das geringste über entscheiden da nehme ich jetzt zum beispiel lieber einfach eine zwei minuten quest in der hoffnung dass dann was besseres nachkommt gibt immerhin noch 5000 münzen also wieso nicht so und was ich jetzt versuchen wollte ist wieder die nächste heldentat zu holen diese hier alles können da braucht man immer bestimmt viele punkte für alle drei alle vier attribute und 1500 punkte für alle das könnte ich jetzt durchaus schon langsam schaffen da muss ich aber ein bisschen umrüsten denn ich brauche mehr kraft und schauen ob ich jetzt hier kraft items habe ich hoffe doch hier hätte ich zum beispiel ein kraft item und das war es schon ich habe eingebildet ich habe so viele items hier mit dann muss ich mal kurz in dem laden vorbeischauen die waffe die wäre hier perfekt oder die brille da natürlich die nehme ich mir ja oder das hier nein die brille wird so die schnappe ich mir jetzt aber jetzt verkaufe ich was anderes und habe ich keinen platz im inventar und falls ich irgendwo ein item bekommen so die brille rüste ich jetzt mal aus und da haben wir es auch schon die heldentat liste blinkt das heißt man kann sich mit den items hier ganz einfach schon mal vorzeitig so eine heldentat holen jetzt habe ich wieder münzen bekommen und mal schauen was die nächste heldentat gibt 1750 punkt wo punkte pro fähigkeit sechs fähigkeitspunkte das lohnt sich auf jeden fall wie viel noch mal 1750 war das jetzt korrekt ja das heißt da brauche ich jetzt noch krebs mal schauen wo ich krebs her bekomme ohne dass ich die anderen stats verlieren kondition hier krebs aber dann geht wieder die kraft nach unten krebs ja geht sich knapp nicht aus aber ganz knapp das wird jetzt schon knifflig 1750 aber das wäre schon eine feine sache wenn ich das jetzt schaffen würde krebs 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 woher bekomme ich krebs eventuell hier oder mit den schuhen nein ich probiere es jetzt einfach mal also ich ziehe mal hier das an so die mission ist auch fertig vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen was lenken mit mit der skillung also ich bräuchte jetzt nur noch kraft mein gürtel hatte noch kraft ja das geht sich ganz knapp nicht aus da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen naja da rüste ich mal wieder um aber die nächste heldentat wäre auf jeden fall ein großer meilenstein plus sechs fähigkeitspunkte das ist schon mal eine richtig tolle heldentat ich hoffe dass ich das bis morgen schaffen kann ja was gibt es ansonsten hier noch 50.000 ära ist der nächste schritt hier und ich habe 664 schwere gegner besiegt also wer selber hier circa in meinem level bereich ist kann mal vergleichen um zu sehen wer schafft wie viele schwere gegner nicht ist auf jeden fall interessant zu wissen ob man da vielleicht mit seiner skillung gegen was falsch macht 2851 missionen erledigt und hier bei der kaufrausch heldentat bin ich auch noch recht weit hinten eigentlich da gibt es schon andere spieler wenn ich hier nur zum beispiel ich glaube egoist hatte das genau der hat schon hier zwei millionen münzen pro tag ausgegeben ich denke mal der hat das so gemacht wie ich auf server 1 schon mal und zwar einfach ein zwei tage mal das geld zum beispiel angespart und dann alles an einem tag ausgegeben dann kann man sich schon vorzeitig sozusagen hier diese diese heldentat holen so und mit den restlichen münzen werde ich jetzt hier mich noch mal ein bisschen stärken diesmal auf intuition und mein mut reicht auch für einen neuen kampf und da greife ich natürlich noch an gibt immerhin schöne münzen ab und zu donuts und sogar items wenn man glück hat ja und da hatte ich auch direkt glück und vielleicht wird sich mit diesem item jetzt ausgehen aber glaube ich fast gar nicht nein hätte aber sogar plus 40 dafür geht meine kraft ordentlich hinunter aber das hebe ich mir auf jeden fall auf dafür verkaufe ich irgendwas anderes aber nie alle plätze im inventar belegen denn sonst ja kann es sein dass man sogar ein item nicht bekommt so und zum grande finale zur ausleitung noch ein kleiner teamkampf hardcore heroes gegen der best heroes ever schauen wir uns auch noch schnell an 15 weitere hier 18 weitere jetzt das heißt da haben sich bei den best heroes ever haben sich einige spieler mehr gemeldet das heißt mal schauen wie das hier ausgehen wird weil es ist sehr wichtig wenn sich dass sich viele spieler aus dem team melden in hero zero weil das sagt noch gar nichts wenn man vielleicht mit dem durchschnittslevel überlegen ist aber wenn hier zum beispiel wir haben fünf trophäen das heißt man sieht eh mit wie wenig lebenspunkten wir eigentlich anfangen das heißt da sind wir schon mal recht stark im nachteil was mir aber generell des öfteren jetzt auch auffällt dass kraft ziemlich viele leute er benachlässigen vernachlässigen hier auch to end von der best heroes ever son goku von den hardcore heroes dann hier der nougat bucht segle der hat dafür auch die intuition er vernachlässigt obwohl kraft das ist dann wieder eine ganz andere sache beim teamkampf doch eine größere rolle spielt weil angenommen man hat sehr viel kraft könnte man rein theoretisch wenn hier zum beispiel ein spieler nur mit 3000 lebenspunkten startet könnte man einen spieler gleich viel schneller besiegen hingegen die kondition bringt im teamkampf eigentlich viel weniger weil man ja wie gesagt eben mit prozentual nur 25 prozent anfängt das heißt die kondition zählt nur 25 prozent zu einem viertel also da muss man vielleicht für den teamkampf immer ein bisschen equipment zum auswechseln übrig haben ich habe wie gesagt wie man gesehen hat mein komplettes inventar voll ich finde es eigentlich sinnlos vorzeitig schon die items zu verkaufen wenn man noch platz hat kann man die rück aufheben immer zum auswechseln vielleicht fällt einem eine neue skillung ein oder man möchte was anderes ausprobieren also mein tipp immer die ganzen items einfach auf behalten acht lebenspunkte noch das war jetzt sehr glücklich und der chino gegen den held kommt der shadow neck den schafft er auch noch und der hält vom erdbeer feld passend zu seinem namen rote stiefel rote schuhe ja und jetzt geht es schon langsam dem ende zu jetzt wird schon wieder mit melonen geworfen 7090 schaden seine melone nicht schlecht aber es sieht ganz gut aus jetzt die letzten zwei galabor und grimmie da schafft der galabor hier noch einen mit vollen lebens lebenspunkten so der egoist hat es aber gemacht okay jetzt kommt noch lex da war anscheinend eine kleine ein kleiner fehler hat sich da eingeschlichen bei der anzeige und jetzt aber grimmie und bei uns noch meuchelmeister ich hero diskavio und wild beast so teamkampf gewonnen 540 erre fast 10.000 münzen naja 9000 und ein item aber ein schlechtes item aber immerhin ein item ja und ich warte jetzt nochmal gespannt wann denn der schurke endlich auftauchen wird